Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich hoffe es geht euch gut. Es ist gerade so eine schwierige Zeit und ich werde im Auftrag von der geistlichen Welt heute für euch wirken. Und wenn du dich für Bewusstseinserweiterungen, für Botschaften der geistlichen Welt interessierst, kannst du meinen Kanal abonnieren und auch die Glocke aktivieren. Denn die Glocke ist dafür da, dass dich YouTube immer dann sofort daran erinnern kann, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und in diesem Fall kannst du sicher sein, dass du niemals mehr eine wichtige Botschaft verpasst. Und gerade jetzt in der anstrengenden Zeit ist es so wichtig, immer auf den Laufenden zu sein, was die geistige Welt uns sagt. Weil sie führt uns ja durch das Leben. Sie gibt uns so viele Hilfestellungen und Hinweise. Und jetzt gerade ist es sehr schwierig und ich weiß, dass es einigen von euch nicht so gut geht. Und da möchte ich gerne helfen, möchte ich gerne unterstützen mit den Fähigkeiten, die ich eben habe. Und das ist das Channeln und Heilenergie übertragen. Ihr wisst ja, ich bin Bioenergie-Therapeutin und Heilmedium. Und da bekommt ihr ganz, ganz viel heilende Energie. Auch wenn ich spreche, fließt die Energie. Ich glaube, ihr spürt es. Ja, also ich soll eine Schutzmeditation für euch machen und ich werde das mit der Weißen Bruderschaft tun. Und ich bin ja schon seit 20, 25 Jahren mit der Weißen Bruderschaft verbunden. Und sie hatten mich damals auch, als ich nach England ging, sehr unterstützt und mir Merlin geschickt. Merlin als mein Lehrmeister. Und sie kommen praktisch immer dann, wenn es wichtig ist, wenn es große Veränderungen gibt, um uns zu unterstützen. Die Weiße Bruderschaft ist auch eine große Energie des Schutzes für uns. Und deswegen darf ich das heute channellen für euch. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Denn die Energie, die wird schon so stark. Sie wird so stark, dass sie schon so richtig raushüpft aus mir zu euch. Die Weiße Bruderschaft. Wenn ich so die Augen schließe, sehe ich immer zwölf Lichtgestalten. Helle, weiße Lichtgestalten. Und sie kommen jetzt hier zu mir in diesen Raum. Ich sprühe schnell mal noch ein bisschen. Mit der Fülle, um die Energie noch tiefer zu spüren. Jetzt hebt es mich schon so richtig hoch. Also mein Körper, den ihr nicht seht. Mein Lichtkörper. Und dem trete ich jetzt aus und verbinde mich mit der Weißen Bruderschaft. Ich begebe mich auf die Dimension der Weißen Bruderschaft. Und ich bitte um Schutz für uns alle. Um die Kugel des Schutzes aus den Smarana-Feldern. Die hüllt uns jetzt ein. Die hüllt uns alle ein. Und wir sind sicher. Und ich bitte um die höchste Energie der Liebe, sodass ich dieses Channeling für euch geben kann, darf, möge. Wir sind die Liebe. Wir sind das Licht. Wir sind die Weißen Weißen. Und wir bringen dir heute die Energie des Schutzes. Denn gerade in der aktuellen Zeit auf der Erde befinden sich viele Menschen in schwierigen Situationen. Und wir sind gekommen, um diese Situationen leichter zu machen und um dich zu schützen. Geliebtes Menschenkind. Und wenn es dir möglich ist, Dann öffne dein Herz und vertraue den Energien, welche wir übertragen. Denn wir tun dies zu deinem Allerhöchsten Wohle. Und so beginnen wir mit einer Reinigung. Wir reinigen dein mentales Feld von allen schwierigen Energien, welche dich belasten und dir Angst machen. Spüre, wie die Reinigung es dir leichter macht, dir Klarheit bringt. Wir reinigen ebenfalls deine Emotionen. Dort, wo die Angst sitzt und die Zweifel kommen, all dies wird gereinigt. Dort, wo die Angst ist, Dein Lichtkörper, deine Aura ist schon klarer geworden. Und nun überreichen wir dir das Licht des Schutzes. Dieses Licht leuchtet hell in unseren Händen und wir übergeben dir jetzt dieses Licht. So forme deine Hände zu einer Mulde, während wir dir dieses Licht in deine Hände übertragen. Dieses Licht des Schutzes darfst du nun nehmen und du darfst es in dein Herz hineinfließen lassen. In dem Moment, wo das Licht des Schutzes dein Herz berührt, berührt es auch deine göttliche Flamme. Und in dem Moment erinnert sich deine Seele. Dass du vollkommen bist, dass du in der Verbindung zur Höchsten Quelle stehst und dass dort Schutz für dich immer greifbar ist. Das Licht des Schutzes, das Licht des Schutzes verbindet sich mit deiner göttlichen Flamme. Und über die Funken deiner göttlichen Flamme bildet sich ein engmaschiges Gitternetz der Liebe, über welchen wir die weiß-goldene Energie des Schutzes legen, so bist du nun vollkommen sicher. Du wurdest von uns vollkommen gereinigt. Es wurde dir das genommen, was dich im Moment belastet. Jede Angst vor der Zukunft, vor der Existenz, vor Krankheit oder Tod wurde genommen. Das Licht des Schutzes wurde mit deiner göttlichen Flamme verbunden. Und so die Erinnerung an deine Herkunft erneuert. Die Anbindung an Gottes Gedankenfeld wurde gestärkt. Die Energie ist sehr hoch und sie fließt zu dir. Und du darfst so viel davon aufnehmen, wie du möchtest, wie es dir möglich ist. Und es wirkt zu deinem allerhöchsten Wohle, die weise Bruderschaft. Schau dich liebevoll an. Wir legen dir unsere Hände der Liebe auf dein Herz. Und wir sprechen zu dir. Wir sind immer da. Rufe uns, wenn dir danach ist. Boah, das war so eine starke Energie. So stark. Ich kann noch gar nicht so richtig die Augen aufmachen. Also diese Energie ist bei mir hier im ganzen Raum verbreitet, ausgebreitet. Und ich dehne die jetzt mal aus, sodass sie im ganzen Haus sich verteilen darf. Du kannst es mit mir machen. Denn bei dir ist es genauso. Stell dir einfach vor, wie die Energie in deinem Raum sich jetzt ausdehnt und so groß wird wie dein Haus. Oder deine Wohnung. So wie du möchtest, kannst du das tun. Und du kannst sicher sein, dass sich dadurch ganz viel verändern wird. Du bist beschützt und geliebt. Oh, wie schön. Und ich freue mich so, dass ich das machen durfte. Ganz, ganz vielen Dank, liebe Weiße Bruderschaft. Ganz, ganz vielen Dank an euch, dass ich euer Medium sein darf. Ich habe euch so lieb. Und wir sehen uns zum nächsten Mal. Ein Küsschen. Bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.